Wir sind alarmiert worden mit der Freiwilligen Feuerwehr Ittenbüren, den hauptamtlichen Kräften, zu einem Verkehrsunfall mit dem Einsatzstichwort PKW vor einem Güterzug. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich so dar, dass tatsächlich im Gleisbett ein PKW verunfallt ist durch den Zusammenstoß mit einem Güterwagen und die Feuerwehr hat dabei dann eine eingeklemmte Person vorgefunden. Die Person wurde mit technischen Mitteln der Feuerwehr befreit, dem anwesenden Rettungsdienst übergeben und verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die wurde notärztlich betreut und ferner waren im Fahrzeug drei weitere Personen, die sich aber selbst befreien konnten und dann durch die Feuerwehr und die Seelsorge betreut wurden. Für uns ist der Einsatz hier abgearbeitet, die Einsatzstelle ist an die Polizei übergeben worden. Für uns stellte sich die Einsatzsituation so dar, dass wir zunächst über die große Straße angefahren sind und da hinderte natürlich zunächst erstmal der Güterzug unser Eingreifen und im weiteren Verlauf des Einsatzes haben wir dann die nachfolgenden Einsatzkräfte über die Gilmannstraße und über die Glücksburger Straße zur Einsatzstelle beordert, damit wir weitere technische Hilfemaßnahmen hier durchführen konnten. Also seit 2017 bin ich hier im ständigen Kontakt mit der Presse, aber auch mit dem Bürgermeister. Ich habe schon Rückrufe von der Feuerwehr zum Beispiel bekommen, dass es hier ständig Probleme gibt. Ständig sind hier die Schranken offen, die Züge fahren einfach durch, teilweise mit Hubsignal, teilweise aber auch ohne. Größtenteils dann auch in langsamer Geschwindigkeit, ganz richtig, aber hier sind halt immer wieder Störungen. Die Bahn nimmt sich davon mehr oder weniger nichts an und Umsetzung zur Sanierung oder Änderung dieses Bahnübergangs werden immer wieder auf Jahre verschoben. Ja, es war absolut eine Frage der Zeit. Letzten Endes, wir haben es in der Vergangenheit des Öfteren gesehen, selbst der Bürgermeister ist im Thema. Es gab immer wieder Störungen an diesem Übergang und es passiert einfach gar nichts. Also, wir haben es in der Vergangenheit des Öfteren gesehen, wir haben es in der Vergangenheit des Öfteren gesehen,